mal wieder ein playtest wurden hier wieder eingeladen und intro habe ich schon ich habe auf jeden fall schon den start getestet damit wir direkt einsteigen können hier habe ich meine base stehen und hat hat sich geändert im letzten playtest der ist ja fast schon aber um weihnachten rum würde ich sagen wenn ich mich richtig erinnere ich schon bis können aber so ich muss ein paar aufgaben wir müssen mal darüber da ist mein camp ich glaube wir gehen erst mal eben da hoch dann gehen wir darüber ja doch das ist gut der weg ist gut hat mich dennoch ein bisschen irritiert im gang ist das ist total überladen unten links mit dem chat oben links mit der ganzen beschreibung das ist mir too much das hat ist schon groß genug unten zusammen mit der mini map und dann hast du auf der linken seite halt finde ich schade na machen wir gleich wir gehen erst mal eben die straße runter da 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 was ist denn da passiert das sehe ich ja jetzt das junge wurde hier wird von strom abgelesen die kamera hängt an der decke ich wollte strom wir sehen dafür wird es wird zurück muss man auch ein paar quester nehmen die mail schickt Du hast nichts für mich? Aber hier kann ich Sachen verkaufen und kaufen. Hast du schon mit? Schade, da nicht mehr Sound unterwegs ist. Normalerweise schon, aber hier fehlt anscheinend irgendwas. So. 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 mal anlockt war hier nicht noch jemand hier stand da sonst auch jemand der grafik ist schon sick weil ich auch immer morgen diese diese third person spieler habe ich sehr sehr gerne gespielt mittlerweile bin ich immer froh wenn ich eigentlich fast passen zocken kann macht ihr mir nachrichten gelegt ok dann gehen wir mal da runter was haben wir hier noch hier ist irgendwas aber toll was hast du denn ein paar tagen dafür ist er auch gedacht da kommen verschiedene tiere rein in dem spiel deswegen ist der rucksack durchsicht aber ja das ist ein spiel kann man da reingucken sowohl als auch bis level 15 ist soweit alles safe das ist halt auch eine riesen welt siehe die karte ich bin hier unten rechts der ganz kleine teil wenn ich hier drädchen zurückscroll die ist verdammt groß ja ich habe vor vier oder fünf monaten schon mal den playtest hier gemacht und ja vor zwei tagen die e mail gekriegt hat er jetzt wieder einer stattfindet ja eigentlich gestern starten sollte aber gut anscheinend noch mal verschoben man macht ja nix wenn jetzt alles funktioniert auch damals hat schon relativ viel funktioniert dafür dass hat ein beta playtest ist warte mal wo war denn jetzt camp da da muss ich hin ok sehr schön ich hoffe hat geschmeckt ist für morgen ja dann noch mal gut ziehen lassen soll ja ja ich kann nicht sagen wie bist du ich kann dich aber nicht sehen wie kann ich ihn hier reden ja pvp kannst du ja an machen aber jetzt noch nicht auf bestimmten level wie gesagt wo ist schilder 5 hallo hallo auf keinen fall ja ich sehe aber nicht weiß nicht mit wer redet anscheinend ist die welt so weit ich glaube das ist hier vorne an der base wo die quatschen ich bin ja kaum noch wenn ich darüber gehe hallo waren sogar zwei ach so ne ich bin seit kurz vor neun bin ich war habe schon gut frühstückt knapp eine stunde geht zur arbeit ah wie mache ich das hier nochmal sehr cool wobei ich wenigstens nicht in 3rd person schieße ja ja warum komme ich nicht weg was war nett für ein kühlschrank alter alter ja ein wenig irgendwo hier nochmal zurück die ganzen sachen drin nach den habe ich doch aktiviert wird mir einfach nur angezeigt das ist das auf der karte ich verstehe guck mal ob davon die kiste ist rena looten die jahre sonst wird er nicht dieser freund ja anscheinend rechts von mir die kiste hier drin interagieren kann ich nicht das hier ist auch eine treppe warum habe ich ihn die nicht gesehen ich glaube hier oben ist die kiste ja kiste 122 gefunden an hat schon jemand eine ordentliche alte kleidung damit kann ich mir nach aber ein ordentliches quell das haben wir das inspektions point magia ich habe doch gerade hier die mit zu haben das haben wir das hosen müssen wir kräften wir haben doch gerade was gefunden das ist wahrscheinlich nur material scheint wo war denn noch mal meine lampe weil ich nicht auf wo ist denn die ach so hier kann ich kochen wenn ich wasser abkochen möchte oder wasser machen möchte ich brauche aber noch die mystic raid die habe ich schon nicht gefunden so die eine war gerade da drin oder da drüben jetzt sind wir da hoch Was ist das hier? Ekelhaft Muss ich hier wieder aufs Dach? Wirklich, oder? Ach, hier ist eine Treppe Für Munition, und hier ist eine Treppe Kiste Blast Suit Schuhe haben wir an Schuhe haben wir nicht Schuhe haben wir nicht Da haben wir auch nur das Da halten wir jetzt noch die Flasche Ich hab mich auch ein Level Er ist nur Level 2 Okay First Step Select the Quattle Center Infrastruktur Okay Da fehlen wir natürlich noch Points für, ne? Okay Blueprints, das ist das Aber das war jetzt gerade auch der Punkt, wo ich mich Wo ich meine Fähigkeiten, die ich, äh Ne? Ah, ja Hier war doch gerade noch irgendwas Ah, das kann ich auch noch machen Das auch So weit sind wir noch nicht Hier Workbench ist dazu viel mehr Attribute Beziehungsweise, ne? Keine Attribute, sondern Dann haben wir so alle, ne? Garage könnte ich Okay Hammer Mal So, da ist ein Haken drunter Wunderbar Wenn ich noch einmal eine Dezle Oder was sagt er denn? Ich muss noch weit Farmen The Eve of Evolution Was ist denn jetzt hier? Ja, hier vorne ist das Da flotten wir mal im Sulfo Weil nebenbei Da kriege ich noch das Material, was ich brauche Das brauchen wir noch Ja, jetzt muss ich sofort wieder zu meiner Base zurück Aber Hier ist das, oder? Ja, der ist weiter Jetzt muss ich sofort wieder zu meiner Base zurück Vorne steht auch ne Base von einem Vorne steht auch ne Base von einem Serverraum PC Akten Nichts Besonderes Meckert er da oben denn rum Hmm Oh ja kein problem gerne dieser schon ganz schön burten aus muss das bleiben kurz eingreifen dann soll ich denn jetzt tun open zu bürgen treppe ich muss auch selbst keine treppe machen ach mir fehlt dazu noch material natürlich so hier können wir das können wir alles bauen natürlich nicht mit dem schloss hinterlegt ist schon freigeschaltet türen kann ich noch nicht hier sind sachen die ich brauche zum kräften lockt ist das doch ist freigeschaltet und das ein tick zu weit rüber ist der fernste rafael materials in der sammlung praktik da kann ich nämlich sag ich mal aus dem baumittel raus jetzt kann ich hier materialien reinlegen die das für mich verarbeitet damit ich weitere materialien kriege zum beispiel kohle noch gebraucht ein bisschen holz dann kann man weg gehen und dann läuft auch kann man sich denn noch bauen brauchbares das habe ich gemacht wird mir dann dazu natürlich kohle die ich gerade am produzieren wenn dafür 30 stück dafür habe ich nicht genug gequält ich habe ja schon fast ich komme gleich wieder ein äpfel an dem bäum was zu essen anfang brauchst du halt verdammt viel materialien und alles aber ich muss vertrinken nicht du w 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 gott sei dank mit holz haben aber doch relativ schnell durch 300 hier kann ich auch standard sachen die ich so brauche zu essen bandagen pfeiler antibiotika waffenkräften wie ein fackel an den ich habe keine hose dazu fehlen mir aber noch für die handschuhe für das haben wir auch machen wir noch mal ein bisschen das holen wir mal alles ab dann kann man nämlich wir sollen ja hier weiter bauen und zwar als nächstes haben wir denn da den ofen ich stehe nicht vor die tür setzen und für den ofen blöd kann ich nur ja egal kann man auch noch glas quäften auch da brauchen wir natürlich dafür brauchen wir aber ok kohle und offen können wir uns jetzt um wasser essen und so weiter kümmern kann man denn hier werde ich auch beide sind fertig und zu essen war fertig so nichts abhauen als nur fels also eigentlich lieuten ne sagt mir vor nix man nie gehört das macht mehr welche richtung geht heute am anfang halt schön viel viecher und zommies und sonstiges töten damit ein bisschen levels hier ist Sulfur, das brauchen wir ist auch noch Sulfur so 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 da hinten kann ich noch was fahren hier auch hat schon einer Motorrad gekräftet hat er die ganze Nacht durchgesuchtet ich meine du kannst seit 4 Uhr heute morgen spielen da hinten ist auch noch ein bisschen, da auch das ist ja gar nicht so weit von von meinem Standort weg soll man irgendwas trinken, ich merke der hat Hunger trinken essen 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 sch 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 ich bleib hier ich habe hunger ein mittagessen da läuft noch mehr mittagessen da 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 Hey, boh. Level 10 ist er. Das wird mein, 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 mein Camp, ja. Ja, habe ich gesehen. Da hat er sich so geschickt fallen gelassen, hat er das ganze Auto mit seinem Fahrrad noch vertraten. Und aber 1a mit Handy in der Hand. Ja, das regnet. Ja, weil ich auf jeden Fall 0 für gut heißen würde und auch nicht dann, aber was natürlich Wahnsinn ist. Aber das machen leider die Medien. Hier ist das Tier, was ich jetzt in meinem Rucksack haben könnte. Und ja, damit läufst du dann halt rum. Nein, auf keinen Fall. Aber es sind halt, würden die Medien den in Ruhe lassen, dann wird nicht jeder so, wird dann vielleicht nicht jeder mitkriegen und den Kerl dann in Ruhe lassen. So, dann haben wir hier ein paar Materialien. Da kommen wir noch mal zu helfen. Und Rapsap ist das ganze Holz auch schon wieder weg. Dann gucke ich mal, ob ich schon irgendwann weiteres hier bauen kann. Wie ein Dach zum Beispiel. Das bleibt mir hier drin nicht so, ne? Ja. Das bleibt mir dafür natürlich Holz. Also, es gibt heute drei cereali. Ich blühe! Hier habe ich hier eine Verkaufnahme. Ich bin ein Dach. Ich bin fertig. Ich bin so ein Dach. Ich komme zumal. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin da. Ich bin fertig. so können wir noch rotbeeren sagt das ist sogar eine uhr anscheinend hier so machen wir mal eben das dach fertig möchte gerne hier vorne haben genau da habe ich kein holz mehr ja ja Mach mal. Kannste schöne Sachen mitmachen. Warum kann ich den hier nicht setzen? Ich brauche ja keine Foundation. Ich brauche eine Wand. Die Wand bitte hier vorne setzen, nicht da oben drauf. Setz die mal hier unten. Ich weiß nicht, warum er da keine Wand bauen möchte. Ist mir jetzt auch relativ wurscht. Ich wollte hier eigentlich nur was ausprobieren. So. Kann man hier jetzt noch bauen. Einmal dichter, da kann ich nämlich mal nicht die Materialien reinwerfen. Ich kann hier nämlich alles reinschmeißen. Und er baut hier unten. So far, what we've got won't do much against those Deviants out there. We need proper weapons and armor. There are some abandoned Rosetta facilities nearby. Maybe we could find some useful supply crates there. I've marked their locations on your map. Sehr schön. Sehr schön. Machen wir doch. An der monolithen Ruine. Gehen wir gleich hin. Ach, der ist noch lockt. Fehlt mir denn dazu noch sieben Stück. Ende? Hölt mir vorkollisch, ich räum . Ach, wer ne pas auf. 쿵 Jo, doch! Vielen Dank. Komm, darf ich dir nirgendwo hinsetzen? Oha, ich muss sofort los, wir müssen hier sofort ausmachen, wann sich hier arbeitet. Kann ich denn hier schon eine Treppe? Da. 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 ja ja egal machen wir bei gelegenheit dann weiter würde ich mal sagen wenn ich erst mal raus